Hallo, herzlich willkommen zur jetzt schon sechsten Vorlesung der letzten vor Weihnachten 2020 und vielleicht auch der letzten vor dem Lockdown. Heute geht es insgesamt um das Thema Speech-Criticism oder Rhetorical-Criticism und beide Begriffe sind gar nicht so einfach ins Deutsche zu übersetzen. Redekritik sagt ja eigentlich kaum jemand, weil das englische Criticism auch nicht einfach nur Kritik meint, sondern eben eine spezifische Form des Urteils eines wissenschaftlich gebildeten Experten oder einer Expertin meint. Wir könnten dazu Wissenschaft im Deutschen sagen, aber es ist natürlich wie in allen Geisteswissenschaften ein Typus von Wissenschaft, der nicht rein, nicht rein ausschließlich objektiv ist. In allen interpretierenden, also wie wir sagen hermeneutisch operierenden Wissenschaften, gibt es ja immer sozusagen ein irreduzibles Moment an Subjektivität, weil Interpretieren eben eine Tätigkeit einzelner Menschen, einzelner Subjekte ist. Das heißt allerdings natürlich im Umkehrschluss überhaupt nicht, dass es in den Geisteswissenschaften, dass da alles subjektiv und damit alles völlig beliebig wäre. Das ist ja ein Vorurteil, mit dem wir uns manchmal auseinandersetzen müssen. Das stimmt natürlich auch nicht. Also diese beiden Extreme für sich genommen stimmen eben nicht. Alle Werturteile werden ja auch bei uns argumentativ begründet, zum Beispiel anhand von Textstellen, die herangezogen werden. Und sie werden dann in der Fachcommunity, in der Wissenschaft, einem Gültigkeitstest im sozusagen Fachgespräch, in der Kommunikation innerhalb der disziplinären Community unterzogen. Und auch das Gespräch ist ja sozusagen eine hermeneutische Grundfigur, die Grundfigur der Hermeneutik überhaupt. So viel zu Criticism und weshalb man das nicht ganz gut ins Deutsche übersetzen kann. Das ist eben so ein typisches Wort aus dem Englischen und aus dem Englischen Wissenschaftssprache. Aber auch Speech ist vielleicht noch erklärungsbedürftig, denn Speech meint in Speech Criticism nicht die Tätigkeit des Sprechens, also die Mündlichkeit, sondern dessen Ergebnis, also eine Rede und zwar meistens eben in ihrer textuellen Form. Speech Criticism ist also eigentlich Redewissenschaft, wenn man so will. Die Wissenschaft von der Analyse von Reden analog zu Literaturwissenschaft, was ja im Englischen auch Literary Criticism heißt. Diese Wissenschaft, die Redewissenschaft, Speech Criticism geht analytisch und interpretierend vor, nicht produzierend. Neben dem Ausdruck Speech Criticism wird heute oft synonym, aber es meint ein bisschen was anderes, es meint etwas mehr, auch Rhetorical Criticism verwendet. Das ist heute insgesamt ein ganz wichtiger, ganz zentraler Zweig der Disziplin der Rhetorik in den USA, nämlich die rhetorische Analyse und nicht nur die Analyse von Redetexten. Oft meint Rhetorical, statt Speech, eben dann eine Ausweitung des Gegenstandsbereiches und auch eine Ausweitung der Methoden. Man möchte eben nicht nur reden oder dann die Texte von Reden analysieren, sondern eben kulturelle Artefakte unterschiedlicher Natur aus der Perspektive der Rhetorik beleuchten. Angefangen von der Werbeanzeige oder dem Bild bis hin zu Objekten der Erinnerungskultur wie Denkmälern oder Museen. Alle diese Dinge kann man rhetorisch analysieren und das wird in den USA gemacht. In diesem Sinne werde ich versuchen, die beiden Begriffe jeweils zu verwenden und auch zu schauen, dass ich sie ein bisschen analytisch trenne. In der Realität, also in der Forschung, wenn man Aufsätze und Bücher liest, ist diese Begriffsverwendung aber bei weitem nicht so scharf. Worum geht es heute? Ich setze heute die Diskussion der Cornell School of Frederick aus der fünften Vorlesung mit der Analyse eines ganz wichtigen Textes von Herbert Weichelns Wort. Dieser Text enthält die theoretische Grundlegung, eben das Programm der Speech-Kriticism in Abkehr von der Literaturwissenschaft. Auf dieser Grundlage wird dann in den 1930ern und 1940er Jahren ein Modell einer eben neo-aristotelischen Redeanalyse entwickelt und dann auch in Form einer ganzen Serie von Redeanalysen dann auch praktisch umgesetzt. Und das ist das zweite, das dritte Kapitel. Das ist mit dem Namen von William Norwood Briggins verbunden. In den 40er Jahren wird dieser Ansatz dann systematisiert und dann auch sozusagen in Lehrbuchform inhaltlich ausgebaut. Und das ist dann das vierte Kapitel. Das sind zwei ganz wichtige Theoretiker, A. Greg Baird und Lester Thornson, mit ihrem umfangreichen Buch Speech-Kriticism von 1948. Damit hört dann die heutige Vorlesung auf und wird mit einem praktischen Beispiel neo-aristotelischer Redeanalyse fortgeführt, dann in der siebten Vorlesung. Dort werde ich vorstellen, Marie Hockmuth-Analyse von Abraham Lincoln's First Inaugural, also Lincolns Antrittsrede als US-Präsident im Jahr 1861. Und dann folgt in der nächsten Vorlesung dann die Kritik am neo-aristotalismus bei Edwin Black. Das ist dann 1965 in dem Buch Rhetorical Criticism, eine Fundamentalkritik an bestimmten Basiskategorien des neo-aristotalismus. Und man kann im Grunde sagen, so richtig hat sich der neo-aristotalismus da auch nicht mehr erholt. Jedenfalls ist er ab dann nicht mehr die alleine mögliche Form der Analyse von rhetorischen Objekten. Und dann gibt es einen kleinen Ausblick in die 70er Jahre in der nächsten Woche noch wieder unter dem Oberbegriff der Pluralität. Viel Stoff heute also wieder, kann man sagen. Ein großes Programm. Also fangen wir mal an, würde ich vorschlagen. Mit Herbert Weichelns. Grundlegung und Manifest, habe ich das überschrieben. Hatte Ihnen in der vergangenen Vorlesung ja vorgestellt, wie die Mitglieder der Cornell School of Rhetoric eben die Disziplin der Rhetorik aus dem English Department herauslösen wollten. Das ist ja das große Ziel disziplinärer Eigenständigkeit. Ihr Ziel war aber eben nicht nur sozusagen institutionell ein eigenes Department zu bilden, eigenständig zu sein. Das ist natürlich ein Ziel. Sondern sie wollten vor allem auch den Gegenstand ihres Faches, eben die Rede als eine eigenständige Gattung, wieder etablieren. Das heißt, die Rede sollte eben nicht länger mit denselben Maßstäben bewertet und denselben Methoden analysiert werden wie ein literarisches Kunstwerk. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, die Forscher aus Cornell wollten eben die Konzeption der Bellatristic Rhetoric, die uns ja seit einigen Vorlesungen schon regelrecht verfolgt, und ihre Identifizierung von öffentlicher Rede und Literatur endgültig verabschieden. Es geht nur darum nun zu sagen, nein, Rede und Literatur, das sind zwei doch deutlich unterschiedliche Exsorten, würden wir heute sagen. Und dabei spielt dieser Aufsatz von Herbert A. Weichelns, The Literary Criticism of Oratory, aus dem Jahr 1925, publiziert in der Festschrift zu Ehren von James A. Winans eine ganz zentrale Rolle. Das ist quasi ein Manifest und ein Gründungsdokument. Weichelns zählt zu den zentralen Mitgliedern der Cornell School. Er promovierte 1922 dort und nach einem kurzen Gastspiel als Assistant Professor an der University of Pittsburgh kehrte er dann 1924 an die Cornell University zurück, wurde dort 1931 Full Professor und blieb eben dort die nächsten 31 Jahre bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1962. Dieser Aufsatz ist also mit ein Gründungsdokument des neoaristotelischen Zugangs zur Redeanalyse. Er ist bis heute tatsächlich einer der am häufigsten und eben immer noch zitierten Aufsätze der jüngeren Theoriegeschichte. Und das hat eben damit zu tun, dass dieser Text im Grunde eine ganze Forschungsrichtung begründet, eben die des Speech Criticism. Da ist es das Gründungsmanifest. Also das, was wir in Deutschland eher als rhetorische Textanalyse bezeichnen würden und wo uns eigentlich bis heute so ein Gründungsdokument letztlich fehlt, eine vergleichbare Entwicklung, gibt es eigentlich in Deutschland auch nicht die Breite der theoretischen Entwürfe. Ein Beispiel von James A. Winans hatten wir ja in der letzten Vorlesung gesehen, dass es seit den 1910er Jahren, wo dieses Quarterly Journal of Speech gegründet wird, diese Fachgesellschaft gegründet wird, einen Need for Research gab. Und das war ja der Titel dieses Aufsatzes von Winans. Und Weichelns legt nun im Grunde den Grundstein für diese Forschung und er macht dies wesentlich eben auch dadurch, dass er eben die öffentliche Rede von der Literatur trennt. Wertmaßstäbe, die für die Literatur und literarische Ästhetik galten, sollten eben nun nicht länger auch für Werke der Beretsamkeit, also für Reden gelten. Und damit öffnet er im Grunde sozusagen eine Eigenständigkeit das Feld und er ermöglicht auch nun Forschung an Reden durch Redeanalyse. Dabei muss man sagen, diese Trennung, das darf man glaube ich nicht falsch verstehen, die ist sehr grundsätzlich und es ist auch richtig, dass sie sehr grundsätzlich ist. Andererseits ist sie aber keineswegs aggressiv. Also es ist nicht so, dass es da Kämpfe gab oder Streit gab in den Departments oder sowas. Vielleicht auf einer gewissen Ebene schon, aber man muss ja auch jetzt bei Weichelns zum Beispiel sehen, dass der ja selber auch Literaturwissenschaftler war. Und er hat eben kurz vor seiner Emeritierung, also im Jahr 1960, auch ein Buch über Ralph Waldo Emerson, den berühmten amerikanischen Schriftsteller, des 19. Jahrhunderts vorgelegt. Also er hat in dem Bereich auch wissenschaftlich gearbeitet, aber er pocht doch mit Nachdruck auf die sozusagen gattungsmäßige Eigenständigkeit der Rede. Aber, und das werde ich am Ende auch noch ein bisschen zeigen, für die Analysemethoden, da ist ja Eigenständigkeit auch anzustreben, betrifft es dann nur teilweise, also da ist es ein Teilerfolg. Die rhetorische Analyse braucht eben doch auch die Kategorien der Literaturwissenschaft, die von dort aus in die Rhetorik importiert werden, weil, muss man sagen, zu der Zeit einfach die Rhetorik noch nicht genügend eigenständige Theorie und nicht genügend eigenständige Kategorien zur Textanalyse hatte. Also das ist auch ein Feld, in dem man dann die nächsten Jahrzehnte noch Theoriearbeit leisten musste, damit man da auch Kategorien und Begriffe hat für die Analyse dieser textuellen Phänomene. Wie geht Weichels nun in seinem Aufsatz vor? So ein bisschen, wie argumentiert der? Ich muss tatsächlich gestehen, als ich vor Jahren diesen Text zum ersten Mal las, und da geht man ja mit so einer Vorerwartung an so einen Text hin, weiß ich, das ist ein ganz wichtiger Text, ein Gründungsdokument, der hat Teil der rhetorischen Textanalyse neu begründet und man erwartet eben so ein Manifest, was so ganz stark auch mit Forderungen und mit Thesen auftrumpft, sozusagen. Und was man dann bekommt, wenn man den Text liest, ist ein über weite Strecken Literaturgeschichten des 19. und 20. Jahrhunderts referierenden und es ist tatsächlich so über weite Strecken doch etwas langweiligen Aufsatz, der eigentlich erst am Schluss wirklich entfaltet, worum es ihm geht und der Aufsatz ist nicht ganz kurz, der hat 35 Seiten und man kann sagen, man braucht ein bisschen langen Atem, man braucht zu 25 Seiten auch eine gewisse Frustrationstoleranz, um dann zu verstehen, warum macht er das eigentlich, warum geht er diese Literaturgeschichten des 19. und 20. Jahrhunderts, die eben vor 1925 erschienen war, warum geht er die durch und warum macht er da so eine umfassende Bestandsaufnahme aus diesen Literaturgeschichten heraus, was dort eigentlich steht zur Beretsamkeit zur Rede. Und das ist für seine Beweisführung natürlich ganz wichtig, aber man braucht ein bisschen Frustrationstoleranz beim Lesen dieses Aufsatzes, das ist schon so. Dabei geht es Weichelns, wenn er diese Literaturgeschichten untersucht, um das, was er Mode of Criticism nennt. Das heißt, er möchte eigentlich darauf schauen, möchte analysieren, mit welchen Methoden arbeiten eigentlich die Literarhistoriker, auf welchen Standards des Urteilens beruht ihre Arbeit, was finden sie interessant, signifikant und was nicht. Das heißt, es geht schon um eine Metaperspektive, eine Metaanalyse, die eben nach den Prinzipien der Darstellung der Geschichte, der Rede in der Literaturgeschichte fragt. Und diese Analysen will ich an dieser Stelle auch gar nicht wirklich referieren, denn die haben heute auch nur historischen Wert nur noch. Und die sind für die Beweisführung, wie gesagt, wichtig, aber die kann man heute eigentlich überblättern. Weichelns Diagnose, also das Ergebnis, das ist vielleicht das, was entscheidend ist, die ist wenig positiv. Und er schreibt, 90 Prozent der analysierten Literaturgeschichten konzentrierten sich vor allem auf die Person des jeweiligen Redners. Manchmal geht es auch um den Stil, manchmal in Kombination, aber die eigentlich für einen Rhetoriker doch zentrale Frage, wie es ein Redner schaffe, seine Ideen in eine sprachliche Form so zu packen, dass sie an ein Publikum angepasst ist und deshalb dann auch wirksam sein könnte. Also die Frage, wie kann man anpassen an ein Publikum eine Rede, ist eine rhetorische Zentralfrage. Diese zentrale Frage stellt eigentlich nur eine Minderheit. Klar, weil das literaturgeschichtlich nicht interessant ist. Das ist eine rhetorische Frage und die will er angehen. Zudem, schreibt er, würden viel zu sehr ästhetische Maßstäbe an die Reden angelegt, indem etwa nach einem permanenten Wert, permanent value, eine Rede gefragt werde. Man stelle also so etwas wie, schreibt er, Ästhetik Excellence ins Zentrum und Weichelns fragt und er fragt er zu Recht, ob das ein geeigneter Maßstab sei. Wir werden allerdings auch noch sehen, dass die Frage nach der ästhetischen Qualität einer Rede auch nach Weichelns bei bestimmten Figuren, bei bestimmten Kritikern doch noch in der Diskussion bleiben wird. Aber die Idee eben, nach dem permanenten ästhetischen Wert zu fragen, das ist ja eine Frage nach dem Wert eines Kunstwerkes, eines literarischen Kunstwerkes. Das ist eben eine Frage, die bei Reden nicht wirklich ins Zentrum führt. Sondern da geht es eben um die Frage, wie wirkt die Rede dann tatsächlich vor Ort, vor einem Publikum. Sein Programm einer rhetorischen Analyse findet sich dann eigentlich erst in so einer dann relativ langen Passage gegen Ende des Aufsatzes. Und deswegen braucht man eben diesen langen Atem. Und zwar so lang, dass ich sie gar nicht in Gänze zitieren kann. Ich will sie aber zusammenfassen und habe die wesentlichen Punkte hier auf der Folie. Ausgangspunkt eben rhetorischer Analysen sind für Weichelns eben der Redner und das Publikum. Also diese sozusagen Elemente eines rhetorischen Kommunikationsmodells, ohne dass er das Kommunikationsmodell nennt. Ich glaube, der Begriff Kommunikation spielt in der Zeit noch gar keine wirkliche Rolle. Und beide gelte es eben zu analysieren. Die Persönlichkeit des Redners, schreibt er, sei der Conditioning Factor. Und hierzu gehören auch Erwartungen an den Redner. Also so etwas wie ein Public Character, also eine Erwartungshaltung, weil der Redner, da geht es ja vor allem um Reden von Politikern und wichtigen öffentlichen Figuren. Da hat ein Redner so ein Public Character, also auch eine Erwartungshaltung, die dadurch generiert wird. Und das muss nicht unbedingt die tatsächliche Persönlichkeit eines Redners sein. Wir würden heute sagen, das spielen natürlich auch Rollen und Rollenerwartungen eine Rolle, aber das muss man eben, sagt er, trennen. Also der Public Character, also das, was sozusagen der Redner in seiner Rolle als öffentliche Figur, das ist eben das, was der Rhetorical Critic analysiert zunächst, weil das ist das, was er hochfindet. Dann zweitens muss man natürlich den Text der Rede ins Zentrum stellen und dessen Leading Ideas, sagt er, ins Zentrum stellen. Die verwendeten Topoi analysieren, die Motives, also die emotionalen Beweggründe, die Art der herangezogenen Beweise, also die Proofs. Das heißt, das ist im Grunde so die dritte Konstituente in so einem Kommunikationsdreieck aus Redner, Publikum und dann eben Text. Also im Grunde sieht man hier, das ist ganz aristotelisch gedacht. Genau diese drei Elemente finden wir ja auch in der aristotelischen Rhetorik. Drittens. Interessant sind dann auch seine Überlegungen zu einer rhetorischen Quellenkritik. Man muss überlegen, sagt er, ob die überlieferten Texte, also was man als Text hat, tatsächlich dasjenige repräsentieren, dementsprechend, was tatsächlich gesagt wurde und ob die mögliche Differenz zwischen mündlicher und schriftlicher Fassung auf die Adressierung zum Beispiel unterschiedlicher Publikat zurückgeht. Das ist ja eine Möglichkeit, die es geben kann, dass man sagt, ja okay, jetzt gibt es eine Rede, die hält man vor Ort, die hält man vielleicht auch frei oder anhand von Stichworten und dann schreibt es zum Beispiel jemand mit. Das ist ein relativ gängiger Modus, den es gibt. Dann wird es nochmal redigiert und nochmal verändert. Dann werden vielleicht Anspielungen an das lokale Publikum herausgenommen. Dann werden vielleicht manche Beweise noch hinzugefügt und dann wird es vielleicht in einer Tageszeitung abgedruckt und dann gibt es und richtet sich dann zum Beispiel an ein überregionales Publikum. Das heißt, dann hätte man zum Beispiel zwei Texte, solche Fälle gibt es in der Rhetorikgeschichte tatsächlich von Weichel und sagt, ja das muss man eben untersuchen. Man muss untersuchen, gibt es dann auch verschiedene Fassungen des Textes, der Rede, die sich dann an unterschiedliche Publikum wenden. Dann soll der analysierende Rhetoriker rekonstruieren, wie der Redner sich auf seine Rede und auf seine Rede vorbereitet, also die Preparation und auch dann wie der konkrete Vortrag ablief. Es geht also um die Rekonstruktion von Kontexten, der Produktion und auch der Performance einer Rede. Und bei ersteren, das werden wir dann in der nächsten Woche noch sehen, bei Marie Hockmuth, wenn es um die Lincoln, die First Inaugural von Lincoln geht, da hat man einfach eine ganze Reihe sehr interessanter Quellen, die belegen, zeigen, wie Lincoln an seiner Rede gearbeitet hat, welche tatsächlich Quellen er benutzt hat, wie er sich mit Ratgebern beratschlagt hat. Man hat dann unterschiedliche, tatsächlich handschriftliche Fassungen, wo man sieht, da gibt es dann noch Korrekturen, die er eingearbeitet hat und die auf Gespräche mit den Beratern zum Beispiel zurückgehen. Und da kann man relativ gut und schlüssig die Genese dieser Rede untersuchen. Und so was meint er, das gehört zur rhetorischen Analyse dazu. Nicht blind dem Text vertrauen und gucken, wie wird der Text produziert und wie wird er dann auch tatsächlich vorgetragen. Fünftens, der Stil spielt eine gewisse Rolle, aber eben nur im Zusammenhang mit anderen Gesichtspunkten, eben weil die Rede kein literarisches Kunstwerk ist. Und sechstens, schließlich, letzter Punkt, zu einer rhetorischen Analyse gehört auch immer die Untersuchung der unmittelbaren Wirkung, also des Effekts einer Rede auf das Publikum. Zum Beispiel durch Zeugenberichte, da gibt es auch eine ganze Reihe interessanter Quellengattungen, die man sich da überlegen kann. Tagebücher, Briefe, natürlich auch Berichterstattung in Zeitungen und Zeitschriften, wobei man da immer dann natürlich überlegen muss, berichten die neutral oder berichten die aus einer sozusagen ideologischen Richtung, die dann ein verfälschtes Bild der Situation abgeben. Damit hat Weichelns erst Umrisse, also mit diesem Aufsatz eines sechsteiligen Analyse-Schemas vorgelegt, wie es mit Abwandlung und Variationen die neo-aristotelische Redeanalyse einige Jahrzehnte dominieren wird. Und im Grunde ist dieses Schema heute noch aktuell. Es gibt heute andere Modelle, vor allem in den USA, aber diese sechs Punkte sind eigentlich immer noch Punkte, die man unbedingt machen soll. Das Schema wird, wie ich dann auch noch zeigen werde am Ende der nächsten Vorlesung, heute natürlich verfeinert, aber die zentralen Kategorien sind noch da und das ist eigentlich auch nicht überraschend. Auch in einer Zeit, in der man Reden dann eben primär als Kunstwerke der Literatur las, sind diese sechs Punkte dann insgesamt schon eine wichtige Korrektur, weil die eben alle abzielen auf etwas, was für alle Reden natürlich ganz zentral ist. Das sind pragmatische Texte, die etwas wollen und keine literarischen Kunstwerke. Auf das Verhältnis zur Literaturwissenschaft geht Weichel uns dann am Schluss noch ein. Das ist vielleicht auch noch interessant und weil sich hier doch zeigt, dass die rhetorische Kritik doch nicht so ganz unabhängig von den Methoden der Literaturwissenschaft vorgehen kann. Denn rhetorische Kritik, sagt er, ist doch so angesiedelt an der Grenze zwischen Politik einerseits und dann doch Literatur andererseits angesiedelt. Reden, sagt er, sind politisch in dem Sinne, als sie natürlich Teil des öffentlichen Lebens sind, Teil der sozialen und politischen Geschichte sind. Deswegen spielt auch tatsächlich historisches Wissen, Quellenarbeit so eine große Rolle hier in dem Neo-Aristotalismus. Die eigentliche Werkzeuge der Redeanalyse sind aber von der Literatur nicht ganz zu trennen und da kann man sich fragen, was meint er jetzt damit? Er führt es nicht wirklich aus, aber wohl, dass das Analyse-Instrumentarium der rhetorischen Analyse wesentlich auch aus der Literaturwissenschaft kommen muss. Beide haben es ja mit Texten zu tun und diese neue Rhetorik, die die Cornell-Leute im Sinn haben, muss sich eben methodisch bei der ja schon etablierten Literaturwissenschaft erst einmal bedienen, um dann in der Folge eigene Methoden etablieren zu können. Und da kann man sich jetzt noch mal fragen, ob das tatsächlich so gänzlich stimmt. Man kann sagen, es gibt vielleicht zwei Bereiche in dem Neo-Aristotalismus vor etwa 1960 ungefähr, würde ich sagen, wo man heute sagen kann, ja, die analysieren zwar Argumente, das spielt ja bei dem zweiten Punkt eine ganz entscheidende Rolle, aber eigentlich Begriffe und eine Theorie der Argumentationsanalyse haben sie nicht wirklich und das ist etwas, was sie auch aus der Literaturwissenschaft eigentlich nicht beziehen können. Das kann nicht aus der Literaturwissenschaft genommen werden, weil es in der Literaturwissenschaft auch keine Theorie der Argumentation gibt, weil Literaturwissenschaftler sich vielleicht mit Beschreiben und Erzählen beschäftigen, aber nicht mit Argumentieren. Da gibt es da auch keine Kategorien. Weichelns Text wird bis heute eben als Klassiker, das hatte ich schon angedeutet, in Sammlungen von Texten zum Thema Rhetorical Criticism, heißt es heute meistens, nicht mehr Speech Criticism abgedruckt. Überraschend ist dann doch etwas, dass der Aufsatz, als er 1925 tatsächlich auch in dieser Festschrift an einem etwas abgelegenen Ort erschien, aber er war schon bekannt, er ist gelesen worden, aber er hat nicht dazu geführt, dass jetzt die Rhetoriker und die Speech Critics in den Departments jetzt gleich zu Dutzenden damit begonnen haben, solche Redeanalysen zu verfassen. Blickt man zum Beispiel ins Quarterly Journal of Speech in den folgenden Jahren, dann merkt man, es gibt gar nicht so viele Redeanalyse tatsächlich und wenn es Redeanalysen gibt, dann ist es nicht immer das neo-aristotelische Modell, was dort quasi automatisch normativ zugrunde gelegt wird. Und damit kommen wir eben zu diesem Herrn hier, William Norwood Briggins. Der nimmt sozusagen die Anregung von Weichlens auf und entfaltet dann dieses Modell und macht da auch ein richtiges Forschungsprogramm. Ich werde Ihnen das noch vorstellen, sehr produktiver Rhetorikforscher der 30er und 40er Jahre. Das ist also die entscheidende Figur. William Norwood Briggins verbrachte sein ganzes akademisches Leben am Warbash College in Bundesstaat Indiana in den USA. War dort erst Speech Teacher und dann eben Professor of Speech. Sein ganzes Leben. Er war dann mal kurz weg und hat einen PhD, also einen Doktor gemacht an der University of Iowa bei A. Craig Baird. Den werden wir nachher auch noch kennenlernen. Und dann kehrte er aber zurück an das Warbash College und blieb dort eben bis zu seinem Tod 1960. Zur Bedeutung von Briggins schreibt Martin Madhurst. Den haben wir ja auch schon ein paar Mal gehört, den Namen. Der hat einen sehr schönen Überblicksartikel geschrieben über die ganze Geschichte der Public Address-Forschung. Er schreibt, no single person was more crucial in the development of that scholarship in public address than William Norwood Briggins. Also enorm wichtige Figur. Entscheidende Figur. Und da ist zunächst mal wichtig, ein Aufsatz, der 1933 erschien und wo natürlich im Quarterly Journal of Speech. Man sieht daran, dass die ganzen theoretischen Diskussionen eigentlich vor den 50er Jahren, kann man sagen, dann kommt eine neue Zeitschrift, die Speech Monographs. Aber davor finden eigentlich alle Diskussionen im Quarterly Journal of Speech statt. Und dort eben dieser Aufsatz von Briggins 1933, der heißt Wither Research, also wohin Forschung wörtlich übersetzt. Also wohin soll es jetzt eigentlich gehen? Was machen wir jetzt? Was sind die Projekte der Zukunft? Wo soll sich die Rhetorik weiterentwickeln? Welche Projekte soll man angehen? Inhaltlich kann man sagen, steht Briggins sozusagen ganz auf der Seite der Cornell School. Das sieht man daran, was er zitiert, gleich auf den ersten Seiten. Wynance, the need for research. Hudson, the field of rhetoric. Wynance, the literary criticism of oratory. Die zitiert er zustimmend. Er ist eben auch ein emphatischer Vertreter eben einer interpretativ vorgehenden Geisteswissenschaften. Die empirisch-naturwissenschaftliche Richtung, wie sich von Wulbert vertreten wurde, das hatten wir ja gesehen, lehnt er vehement ab. Ebenso, und das ist vielleicht der wichtigere Gegner noch, wenn es um die Redeanalyse geht. Er lehnt auch ab statistisch quantitative Zugänge zu Textanalysen, wie sie in diesen Jahren so ein bisschen Mode waren. Ein Beispiel dafür an der University of Chicago hatte die Mediavistin Edith Rickert, ganz interessante Frau, Chaucer-Forscherin, Mediavistin eben mit ihrem 1927 erschienenen Buch New Methods for the Study of Literature. Eben solche Zugänge im Sinne eben einer Sicherstellung von Objektivität in den Textanalysen gefordert und da auch Programm formuliert. Das finde ich eigentlich total spannend. Letztlich, 1927 kommt das Buch aus. Wir denken ja, es ist sozusagen ein Charakteristikum unserer heutigen Zeit auf Zahlen zu gucken, auf Quantitatives zu gucken, weil das vermeintlich sozusagen objektiv ist, weil es Sicherheit garantiert, Unhintergebarkeit garantiert. Das ist aber etwas, was es in diesen Jahren auch gibt. Das ist so eine Strömung, das ebbt dann auch wieder ein bisschen ab, zumindest in den Geisteswissenschaften. Aber es gibt dort auch im Quarterly Journal of Speech in diesen Jahren tatsächlich einige solche Aufsätze, die mit solchen eher quantifizierenden Methoden arbeiten. Briggens betont, dass sich eben die Rhetorikforschung derzeit in so einer Übergangsphase befindet. Er sagt, es gibt eben unterschiedliche methodische Paradigmen, die stehen in Konkurrenz zueinander und er plädiert dort eben in dieser Methodenkonkurrenz mit seinem Aufsatz für ein solches Paradigma, nämlich natürlich das Neo-Aristotelische, was für ihn auch das Humanistische ist. Und wenn man da ein bisschen genauer noch gucken will, was meint er damit? Er meint einen spezifischen Typus von Arbeit oder von Aufsatz, also ein spezifisches Format, nämlich die rhetorische Fallanalyse, die Case Study. Da schließt sich Briggens natürlich an Weichelns an, aber dessen eher unsystematische Ausführungen werden eben in Richtung eines Analyse-Schemas nochmal und eigentlich auch eines ganzen Forschungsprogramms erweitert. Das werde ich dann nachher noch ein bisschen zeigen. Der hat wirklich ein ganzes Programm, ein Forschungsprogramm angestoßen. Und er konstatiert halt auch, und da hat er recht, und das könnten wir mit Blick auf die deutsche Redegeschichte genau gleich sagen, nur schreiben wir jetzt halt das Jahr 2020 und damals war es das Jahr 1933. Er sagt, es gibt eine riesige Zahl von Reden. Es gibt unendlich viele Reden. Es gibt einen riesen Textkorpus an Reden, was nicht analysiert ist, was nicht bearbeitet ist. Und es gibt einen riesigen Forschungsbedarf im Bereich des Speech-Criticism. Was macht er dann tatsächlich? Er macht ein Analyse-Schema aus 2 plus 5 Punkten, zwei Grundforderungen. Solche Analyse-Schemata werden uns nachher auch noch mal begegnen. Eigentlich hat jeder, der in dem Bereich arbeitet, so ein Schema gemacht. Die sind ja auch nicht alle immer grundverschieden, sondern die variieren eben bestimmte Grundmuster und Grundannahmen. Und was sagt Briggens nun? Das erste ist, historische Grundlagen, Kontext, ja ohne Aufarbeitung der historischen Grundlagen, auf denen eine Rede aufbaut. Etwa das Kenntnis um die Hintergründe einer Krise, auf die ein Redner rhetorisch handelnd reagiert, das ist unverzichtbar. Also der Rhetoriker muss eigentlich immer auch letztlich Historiker sein. Und zweitens, keine rhetorische Analyse ohne Quellen und Archivarbeit. Das kennen wir von Weichern schon. Rhetoriker muss die Manuskripte der Reden untersuchen, soweit vorhanden. Briefe, Zeitungen, Biografien, Autobiografien. Also der Analyseansatz von Briggens legt einen sehr großen Wert auf die Analyse dieser ganzen Kontexte, die sozusagen sich um die Rede und um den Redemoment dann tatsächlich herumlegen. Und was tatsächlich auch ganz wichtig ist für seinen Ansatz ist, dieses Rhetoriker müssen ins Archiv gehen. Wir müssen mal ran an die Quellen. Tatsächlich, wir dürfen auch nicht abgedruckten Reden in Zeitung vertrauen, sondern all das müssen wir nochmal untersuchen und dann müssen wir eben auch ins Archiv gehen. Dann folgen fünf Ansatzpunkte, die ich jetzt ein bisschen näher durchgehe. Das erste ist die rhetorische Situation. Jede Analyse beginnt mit einer Analyse der rhetorischen Situation im Sinne der historischen Bedingungen rhetorischer Kommunikation und zwar in einer weit gefassten Bedeutung und dafür braucht man auch die ganzen historischen Hintergründe. Er schreibt, a study of the historical causes behind the issues discussed, not merely the immediate surface causes, but the far-reaching, half-hidden, often subconscious and inarticulate causes that flow as mighty hidden rivers and shape the channels of human conduct. Das muss er untersuchen. Das ist ein relativ aufwendiges Unternehmen, weil es eben auch um verstecktes, vielleicht noch halb sichtbares geht. Dann etwas, was wir heute vielleicht Setting nennen oder was ich Setting nenne. Ich unterscheide eben auch in meinen, wenn ich das in der Einführungsvorlesung mache und dort rhetorische Textanalyse vorstelle, ich unterscheide dort eben auch rhetorische Situationen, dann auch im Sinne von Lloyd Bitzer, werden wir ja noch kennenlernen im Verlauf der Vorlesung, im Sinne sozusagen der großen historischen Lage, wenn man so will, vom situationalen Kontext, vom Setting als sozusagen dem wirklichen, das, was dann im Moment der Rede passiert, die Kontexte im Moment, der Rede. Und das heißt, Untersuchung vom Publikum, Gelegenheit, Anlass und Redner selber. Und er schreibt, It will invoke that well-known study of the immediate speaking situation, audience, its age, education, sophistication, mood, of the occasion, its nature and purpose, of the speaker, its reputation and objectives, immediate and remote. Also das würden wir heute als Setting bezeichnen. Brigance verwendet den Begriff nicht, aber das ist das, was heute Setting ist. Dritte Kategorie, Text. Untersuchung des Textes, eben auch der Grundlage umfassender Quellenkritik. Und zwar hat er da im Sinne vor allem den Stil auch so etwas wie Mikrostilistik. Also die Frage, kann man aus dem schriftlichen Text auch noch sozusagen, kann man in dem schriftlichen Text Spuren der Mündlichkeit finden, mit denen man das rekonstruieren, also Spuren gesprochener Sprache. Ein bisschen spekulativ, ob das funktioniert. Theoretisch fragwürdig. Aber das ist hier etwas, was er sozusagen auf dem Plan hat, was er machen möchte. Er schreibt, It will evoke a critical study of the speaker's style. First, the choice of topics, the nature of proofs. Boy must know his judgment on the issues he discusses. Ähnlich ein bisschen wie bei Weichels. Wörterpunkte. Redner. Da geht es dann darum, wie arbeitet er eigentlich, wie schreibt er, was sind seine Gewohnheiten beim Arbeiten einer Rede, aber auch wie ist seine Stimmung. Bis hin zur Kleidung, das werden wir bei Marie Hockmar noch sehen, die legt da einen großen Wert drauf. Was hat Lincoln am Tag seiner Rede getragen? Was für einen Anzug hat er getragen? Briggens schreibt, was muss man untersuchen? Habits of preparation, his voice, his manner of delivery, and especially of his personality, mental habits, attainments, and shortcomings. Fünftens, Effekte. Das ist eben die Untersuchung der Wirkung einer Rede im Sinne der Rekonstruktion, der kurz- und aber eben auch langfristigen Effekte einer Rede auf das Publikum. A study of the speaker's effect on the audience, on hearers-friendly, neutral, and critical. Das Publikum ist ja nicht immer dem Redner gewogen. Es kann auch gemischt zusammengesetzt sein. On the immediate effect and the ultimate effect. Und da sagt er, das ist sehr herausfordernd. Herausfordernd und sehr schwierig. This is no mean assignment. It demands the combining of records in the press, private letters, and documents, diaries, and autobiographies. Also da muss eben sozusagen, weil ja die Rede flüchtig ist, ephemär ist, nachdem der Redner aufgehört hat zu sprechen, muss man nach Dokumenten suchen, um diese Effekte sozusagen im Grunde durch Sekundärquellen rekonstruieren zu können. Und das sind eben solche Sachen wie Zeitungen, Tagebücher, Briefe, Autobiografien, wichtige Quellen. Diese fünf Analyse-Kategorien, Analyse-Dimensionen könnten wir das vielleicht nennen, prägen dann für einige Jahrzehnte die Art und Weise, wie man eben innerhalb dieses neo-aristotelischen Paradigmas Redner analysieren. Und man muss auch mal ehrlich sein, wenn wir heute Redner analysieren, folgen wir auch heute noch oft mehr oder weniger einem ähnlichen Schematismus. Also diese Kategorien von Briggens sind eigentlich immer noch aktuell und sie sind immer noch brauchbar. Was Briggens allerdings nicht hat, und das ist etwas, was wir bei Weichelns schon gesehen haben, ist zum Beispiel eine Theorie der Argumentation und Methoden der Argumentationsanalyse. Abgesehen davon, dass er natürlich auch für Bilder oder sowas keine Kategorien hat, hier geht es eben rein nur um Textanalyse. Und das ist eben das, woran dann der Rhetorical Criticism seit den 60er Jahren arbeitet, im Sinne sozusagen von einem Erweiterungspostulat. Briggens hat aber nicht nur diesen frühen Aufsatz publiziert, sondern er hat die dort niedergelegten eben methodischen Reflexionen, diese Dimensionen des Speech-Criticism, dann auch in die Forscherpraxis umgesetzt. Er hat 1934 eine Monografie publiziert, ein Buch über Jeremiah Sullivan Black, ein amerikanischer Politiker, Justizminister und Außenminister unter dem US-Präsidenten James Buchanan, das war der 15. US-Präsident. Und Jeremiah Sullivan Black lebte von 1810 bis 1883. Und das Buch ist deswegen auch so ein Meilenstein in der Rhetorikgeschichte, weil es im Grunde die erste rhetorische Biografie eines Politikers ist. Das ist also im Grunde ein neuer Buchtypus. Das Buch hat biografische Ansätze, aber es ist eben eine Biografie sozusagen subspecie rhetoricae, also unter innerrhetorischer Perspektive. Er hat einen rhetorischen Blick auf diesen Justizminister und Außenminister und der James Buchanan. Das ist etwas, was seither immer wieder gemacht wurde. Es gibt auch zu Abraham Lincoln solche Bücher, die eben Abraham Lincoln als Redner untersuchen. Und diesen Buchtipp hat er im Grunde erirrt, wenn man so will. Dann, und das ist noch wichtiger, weil das ist wirklich ein, wenn man so will, monumentales Unternehmen. Briggins wurde 1934 bestellt, das Committee on Joint Research in the History of American Oratory. zu leiten. Hier sieht man ja, prepared under the auspices of the Speech Association of America. Das ist der dritte Band. Ein großes Forschungsprojekt durchzuführen. Und das Forschungsprojekt sind diese drei Bände. Die ersten zwei Bände, A History and Criticism of American Public Address, hat er herausgegeben. 1943 und ein dritter Band wurde dann von Marie Hockmuth publiziert, herausgegeben, 1955. Und das ist wirklich ein monumentales Unternehmen, wenn man so will. Denn in diesen Bänden, also in den zwei Bänden, die Briggins ediert hat, werden insgesamt 28 amerikanische Redner in Einzeldarstellungen vorgestellt. Also dieses Modell der rhetorischen Biografie und auch das Modell der Case Study. Der Case Study ist ein Redner, sich mal vorzunehmen. Das ist ein Meilenstein der amerikanischen Rhetorikforschung. Mit diesem Werk gibt es erstmals eine Geschichte wichtiger Redner und wichtiger Reden eben aus einer Perspektive der Rhetorik. Um das mal in ein Verhältnis zu setzen, muss man auch sagen, wir haben in Deutschland bis heute nicht mal ansatzweise etwas Vergleichbares. So ein Pendant-Redner in deutscher Sprache. Es gibt zwar Textsammlungen, die gibt es, aber so etwas wie eben diese Case Studies, diese neo-aristotelischen Case Studies zu einzelnen Rednern, die gibt es eben heute auch in Deutschland nicht. 1943, muss man sagen. Dennoch ist das Werk nicht unkritisiert geblieben, das ist auch klar. Die Argumente, die gegen diese Bände vorgebracht wurden, die sind auch zutreffend, aber sie schmälern eigentlich das Verdienst nicht. Das ist eine Phase dann, die 40er, 50er, 60er Jahre dann, der eine hohe Dynamik in der Rhetorikforschung ist in den USA. Und die Kritik, die man vorgebracht, geht so in ein paar Richtungen. Zum Beispiel, das Werk ist zu sehr fixiert auf die Methode der neo-aristotelischen Textanalyse. Das ist also zu methodisch monolithisch aufgebaut. Die Wahl der Redner, die analysiert werden, sei zu weiß, zu männlich. Und da wird es dann eine ganze Reihe auch ähnlich gelagerter Unternehmungen geben, die dann sagen, wir müssen jetzt mal die Geschichte der African-Americans untersuchen. Wir müssen mal die Geschichte weiblicher Rednerinnen untersuchen. Und da gibt es im Grunde dann in der Folgezeit ähnliche Unternehmungen. So dass man auch natürlich über dieses Werk sagen kann, in der Kritik, die es auch hervorgerufen hat, war es sehr produktiv, weil es dann auch noch mal Forschung in den Bereichen sozusagen angestoßen hat, die in den Büchern, in den drei Bänden nicht abgedeckt werden. Also ein sehr wichtiges Buch und Sie haben es gesehen an den blauen Signaturschildern im Brechtbau in der Bibliothek zu finden, oben in der Anglistik oder besser gesagt in der Amerikanistik-Bibliothek im zweiten Stockwerk. Damit gehen wir noch mal ein paar Jahre weiter und gucken noch mal, was aus diesem neo-aristotelischen Modell eigentlich in der Folgezeit passiert. Und man kann eigentlich sagen, was es jetzt gibt. Es gibt so noch mal Versuche, das stärker zu systematisieren, stärkere Synthesen vorzulegen und auch im Grunde Lehrbücher vorzulegen. Und da sind die beiden Herren, A. Craig Baird, das ist ja der Doktorvater von Briggins und Lester Thonson, ganz zentral. Zunächst möchte ich in Aufsatz näher mit Ihnen gemeinsam durchgehen von 1947. Methodology in the Criticism of Public Address, heißt der Aufsatz, erschienen natürlich mal wieder im Quarterly Journal of Public Speech. Auch die beiden argumentieren sozusagen ganz klar im Fahrwasser dieses Neo-Aristotalismus. Die Anklänge an Briggins Aufsatz sind überhaupt nicht zu übersehen. Da gibt es eben auch auf der persönlichen Ebene intensive Kontakte. Man kann daran eben sehen an dem Aufsatz, wie diese neo-aristotelische Redeanalyse im Grunde dann das kanonische Modell in diesen Jahren geworden ist. Und deswegen kann ich mich da jetzt auch ein bisschen kürzer, glaube ich, auch tatsächlich fassen. Sie haben die Zitate auf der Folie. Ich werde die jetzt nicht vorlesen, sondern ein bisschen paraphrasieren. Die beiden Autoren, das ist das erste Zitat, betonen noch einmal, dass rhetorische Analyse eben ein neues Unterfangen ist. In den letzten Jahrzehnten ist das sozusagen in den Fokus der Forschung geraten. Und es hat auch sozusagen die Working Principles and Techniques of Rhetorical Evaluation haben sozusagen Kontur angenommen. Das heißt, der Aufsatz blickt auch schon ein bisschen zurück und sagt, ja, das ist das, was passiert ist. Und jetzt haben wir eigentlich diese Modelle, die sind jetzt dort. Speech Criticism, das ist das zweite Zitat, ist umfassender noch als bei Briggens ein interdisziplinäres Unternehmen, weil das Wissen unterschiedlicher Fächer bei der Analyse und Interpretation von Reden einfließen muss. Da gehen die beiden deutlich über Briggens hinaus. Aber das ist dann im Grunde schon, wenn man so will, der Zeitgeist der Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem die Rhetorik dann eben immer stärker in die Interdisziplinarität hineingeht. Soziologie, Sozialpsychologie kommen hier zum Beispiel hinzu, vor allem für das, was sie Appraisal nennen, also die Bewertung oder Beurteilung von Reden, von öffentlichen Reden. Und dieser Punkt des Appraisals, der ist wichtig, denn die beiden sagen, das, was das Fach Speech Criticism macht, ist, dass man nicht einfach nur Reden analysiert, also neutral analysiert, sagt, ja, das ist das Argument, aber ein Argument dieses Typs. Hier kommt eine rhetorische Figur, die Geminatio, vor. Hier arbeitet der Redner mit einer Takte der Captatio Benevolentiae, Solche Dinge aus der klassischen Rhetorik, sondern neben dieser Analyse, das gehört natürlich nach dazu, gehört zur Redeanalyse, also zu Speech Criticism, immer auch eine Bewertung der Rede. Also die Frage, das ist auch das, was sie fett haben, ist das eigentlich eine gute Rede und warum? Und gut meint jetzt nicht gut im Sinne des Ästhetischen, also im Sinne der Schönheit, sondern gut meint eben im Sinne der Effectiveness, der Wirkung einer Rede, also hat der Redner sein Ziel erreicht. Und dazu muss Speech Criticism eben nicht nur die Analyse einer Einzelrede bedeuten, also da gehen sie auch schon ein bisschen zum Teil über den Neo-Aristotalismus im Sinne von Weichelns hinaus, aber es kann eben auch die Karriere eines Redners, die Untersuchungen auch vergleichen, vergleichend die Analyse eines bestimmten Momentes in der politischen Geschichte sein, indem man dann drei, vier, fünf Redner vergleichend analysiert, zum Beispiel bei einer Debatte über ein wichtiges Thema im amerikanischen Parlament, im Haus oder sowas. Sie haben dann vorgelegt, auch dieses Schema war sehr einflussreich, ein Standardmuster, eine Redeanalyse, was ein bisschen funktioniert, wie Briggins und Weichelns kombiniert. Drei Punkte, Speakers Background, da fließt diese ganze historische Sachen mit ein, diese ganzen Kontextinformationen, Speakers Ideas and their Support, Premises and Lines of Argument, Proofs and Refutation, also sozusagen das eher Argumentative, und dann Speech Composition, das ist eher sozusagen das Textuelle, wenn man so will, und da kommt eben auch nochmal rein der Punkt Speech Preparation, also wie schreibt eigentlich der Redner seine Rede, wie bereitet er sich darauf vor, welche Bücher liest er, das haben wir bei Lincoln zum Beispiel gesehen, da weiß man ganz genau, welche Texte er hatte, welche Texte er benutzt hat, um seine First Inaugural zu schreiben, das kann man nachvollziehen, und man kann dann auch überlegen, welche Argumente aus diesen zum Beispiel rechtsphilosophischen Texten fließt dann in die Rede ein. Dann geht es um Organization, das ist Dispositio letztlich, und Language and Style, Elocutio, klar, und viertens natürlich die Rekonstruktion von Delivery, der ganzen Performance einer Rede. Und das ist auch, glaube ich, bis heute, finde ich bis heute auch noch so ein Schematismus, den man tatsächlich auch benutzen kann, der ist relativ grob in seinem Aufbau, aber um mal eine Systematik in so eine Redeanalyse reinzubringen, können solche Schema da schon nützlich sein, wirklich sehr nützlich sein. Dann, ein Jahr später, 1948, 1948 legten die beiden mit umgekehrter Autorenreihenfolge dann das erste umfassende, systematisch angelegte Lehrbuch des Speech Criticism vor. Das ist eben dieses Buch, was Sie jetzt auf der Folie sehen, 542 Seiten Umfang. Das ist 1970 auch nochmal aufgelegt worden. Also es war einfach drei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte ein relativ wichtiges Buch in der amerikanischen Rhetorikforschung. Und das setzte eben Standards mit Bezug auf den neoerastrothetischen Ansatz in der Redeanalyse. Das Buch kann ich Ihnen jetzt nicht in Gänze vorstellen. Das muss man vielleicht auch nicht, weil es auch in der ersten Hälfte stark historisch ist. Da wird eben auch nochmal die Geschichte der Rede nochmal aufgearbeitet, die Geschichte der Rhetorik nochmal aufgearbeitet. Das sind Dinge, die wir sehr gut kennen in Tübingen. Dafür muss man dieses Buch nicht lesen. Dafür ist es nicht interessant. Aber ich will nochmal eingehen auf etwas, was dann schon so ungefähr in der Mitte des Buches kommt oder kurz nach der Mitte des Buches. Nämlich so eine Art Systematik. Wie ist eigentlich sozusagen das Fachgebiet Speech Criticism systematisch aufgegliedert? Und das sind diese zwei Seiten, 2.92 und 2.93. Und da will ich kurz durchgehen, nicht auf alles. Aber ich will das nochmal behandeln, weil man daran sieht, wie stark eigentlich dieses neoerastrothetische Modell der klassischen Rhetorik, der antiken Rhetorik von Aristoteles, Cicero und Quintilian verpflichtet ist. Denn Sie werden sehen, alle diese Kategorien kennen wir. Das ist uns alles wohl vertraut, weil es antikes Gedankengut ist. Und der Neo-Aristotelismus hängt eben ganz stark, das haben wir an der Cornell School gesehen, ganz stark an den antiken Quellen. Und ich will eigentlich nur die römischen Zahlen kurz vorlesen und gar nicht auf die arabischen und auf die Buchstaben eingehen. Das können Sie selber lesen, wenn Sie das Video kurz anhalten. Können Sie es dann auch nachvollziehen. Also erstens, the nature of oratory. Allgemeine Fragen. Zweitens, constituents of the speaking situation. Speaker, audience, subject, occasion. Also Situation und Setting. Also diese Basiskategorien. Drittens, services of the orator. Da kommen dann die Ophica oratoris, docere delektare movere. Römisch 4, types of speaking. Das sind die genera causarum. Rhetorische Gattungslehre nach Aristoteles, plus Predigt. Fünftens, parts of rhetoric. Das sind eben die Partes rhetoricae oder Ophica oratoris, die Produktionsstadien der Rede. Und sechstens, the effect of oratory. Und das ist vielleicht das, was überhaupt nur interessant ist an dieser Systematik. Und da gucken wir uns jetzt noch ein bisschen was davon an, um mal zu sehen, wie stellen die sich eigentlich vor, wie kann man analytisch rekonstruieren, die Effekte und Wirkungen einer Rede. Da sagen sie, das muss nun nicht sozusagen darauf beruhen, dass man eine quantitative Erhebung durchführt. Das ist eben auch wieder ein neo-aristotelischer Ansatz. Das heißt, es ist geisteswissenschaftlich, humanistisch ausgerichtet. Man muss aber natürlich ohnehin sehen, und das ist auch was, was die natürlich im Blick haben, weil wenn man an diese beiden Brigands-Bände denkt, das sind natürlich Analysen historischer Reden. Und bei allen historischen Dingen kann man ja mit solchen empirischen Ansätzen zum Beispiel Befragung ohnehin nichts mehr oder nicht mehr viel erreichen. Also da hat die Empirie sozusagen auch ein Limit. Es gibt insgesamt sechs Punkte, die Sie auf der Folie sehen. Die werden dann durch ganz viele Beispiele von Reden aus der amerikanischen Geschichte illustriert. Das ist tatsächlich eine riesen Fundgrube und eine sehr beeindruckende Arbeit, die da reingeflossen ist in dieses Buch. Und zentrales Stichwort bei dem, was Sie dort untersuchen wollen, ist eben Response. Response, Effekt und Effectiveness. Und Sie sagen, an der Response des Publikums natürlich lässt sich die Wirkung einer Rede ermitteln. Das heißt, der Begriff Persuasion, der kommt auch irgendwo vor, aber er spielt eigentlich nicht die wirklich zentrale Rolle. Und diese Sachen will ich nochmal mit Ihnen kurz durchgucken, diese sechs Punkte. Erstens, Untersuchung der Immediate Response. Das ist der einfachste Fall. Das ist auch der Fall, der sich empirisch leicht untersuchen lässt. Wenn der Rhetorical Critic oder der Speech Critic eben dabei ist, wenn er zum Beispiel eine Feldforschung macht, heute würden wir sagen, man lässt ein Handy mitlaufen und leichnet auf Film etwas auf und kann dann sehen, wer klatscht, wer klatscht nicht, wer buht, dann kann man das analytisch sozusagen einfangen und kann dann Schlüsse daraus ziehen über die Wirkung der Rede auf das Publikum oder auf bestimmte Teile des Publikums. Also das ist der einfachste Fall und der sich heute noch viel einfacher untersuchen lässt als natürlich im Jahre 1948. Der zweite Fall ist interessant, der Test of Readability nennen sie das. Das bezieht sich auf den Unterschied von Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Da ist die These von Thonson and Baird, dass ich, wenn sie sich eine Rede gut lesen lasse, dann wird sie wohl für die Zuhörer nicht angenehm gewesen sein. Also Werturteil, was an der Unterscheidung von Schriftlichkeit und Mündlichkeit festgemacht wird, vielleicht noch ein bisschen spekulativ, aber doch auch ein Grundpostulat, was in Deutschland zum Beispiel der Sprechwissenschaftler Helmut Geisner immer mit Nachdruck vertreten hat. Der kommt natürlich von der Mündlichkeit her als Sprechwissenschaftler und in seinen Arbeiten und auch in den praktischen Übungen, die er lange Jahre gemacht hat, war ein Grundpostulat von ihm immer, eine Rede ist keine Schreibe. Drittens, Technical Perfection. Wie gut beherrscht der Redner die rhetorische Kunst, wie kunstvoll ist der Aufbau seiner Rede, wie perfekt der Stil, also so ein Kriterium ist ja auch aus der antiken Rhetorik bekannt, des Ars Benedikendi eine Bedeutung des Bene technische Meisterschaft, also wie gut ist die Meisterschaft der Rede, das kommt eben bei Quinteljahren zum Beispiel vor, im zweiten Buch, das ist dann auch eine Idee von Rhetorik, die schon teilweise in Richtung Literatur geht, also Technical Perfection, Meisterschaft, dann viertens Orators Wisdom in Judging the Future, also da geht es um die Verbindung vor allem in der politischen Rede für die beiden von Statementship, also Staatskunst, Staatsmännischheit und Redekunst. Sie schreiben This is essentially a test of the speaker's vision. Das ist eben eine Idee, wenn man historische Reden halt untersucht und man diese Reden ja untersucht in Kenntnis dessen, was danach passiert ist. Dann kann man eben ein Kriterium, warum man sagt, ja, wie visionär war der eigentlich, wie gut hat er bestimmte historische Vorgänge eingeschätzt, vorweggenommen in seiner Rede. Also das kann ein Kriterium sein. Fünftens, much more significant, sagen sie dort, is the test which measures effectiveness by the substantial responses deriving from possible changes in belief or attitude. Also da sozusagen tatsächlich, wie kann man gucken, dass so ein Einstellungswechsel auch tatsächlich stattgefunden hat. Da sagen sie, das kann zum Beispiel eine gewonnene oder verlorene Abstimmung sein. Ja, kann sagen, jemand hält eine Rede, dann gibt es eine Abstimmung, dann verliert er die Abstimmung, dann kann man vielleicht sagen, ja, okay, die Rede scheint nicht so überzeugend gewesen zu sein, sonst hätte der Redner es geschafft, die Abstimmung quasi in seinem Sinne zu entscheiden. Da muss man natürlich sagen, wenn man diese Kriterien sozusagen zusammen anguckt, dass die Kriterien 5, 4 und 3 auch in Widerstand zueinander stehen können, also die thematisieren Unterschiedliches. Ein Redner mag zum Beispiel eine Abstimmung formulieren, trotz formaler Perfektion und staatsmännischer Weitsicht, weil eben die historische Situation nicht so war, weil man gar nicht gewinnen konnte und staatsmännische Weltsicht garantiert auch noch keine gewonnene Wahl und wenn man sich da Fälle aus der Redegeschichte anguckt, die gibt es natürlich haufenweise. Tolle, leidenschaftliche, gute Reden, wenn man die als Text liest, denkt man, wow, was ist das für eine gute Rede, hat nichts bewirkt tatsächlich. Solche Fälle gibt es nicht wenige. Sechstens, die Einschätzung einer Rede mit Blick auf die Long-Range Effects upon the Social Group. Das berühmteste Beispiel hierfür aus der US-Geschichte ist die berühmte Rede von Abraham Lincoln oder die berühmteste Rede von Abraham Lincoln, die Gettysburg Address von 1863. 1863. Die Rede ist heute ja noch abgedruckt, wenn Sie mal in Washington sind, Washington D.C., in der National Mall, also dieses lang gestreifte Stück vom Capitol runter dann bis zum Lincoln Memorial. In der Mitte ist dann der Obelisk des Washington Monuments. Dort findet man auf der Südseite eben eingraviert in Stein die Gettysburg Address von Abraham Lincoln, der da auch in der Mitte sitzt in diesem Monument in so einer als Monumentalstatue. Das heißt, das ist heute eine Rede, die für das amerikanische Selbstbewusstsein und für die Identität dieser Demokratie ein extrem wichtiges auch Text der Selbstverständigung ist, ein extrem wichtiges Dokument darstellt. In seiner Zeit, muss man sagen, und in seiner Zeit, das sieht dann ungefähr so aus, das ist eine Fotografie, eine zeitgenössische Fotografie von 1863. Hier sieht man auch Lincoln, Sie können ihn mal suchen, wo er ist. Das ist eine Fotografie von diesem Tag, von der Rede. Die Rede war überhaupt kein Erfolg zu seiner Zeit. Die Presse hat überwiegend sehr kritisch über diese Rede berichtet. aber sie hat es eben geschafft, im Laufe der Zeit dann sozusagen so eine Kraft auch zu entfalten, eine Kraft, die im Text der Rede natürlich drin ist, um da die Identität einer Nation sozusagen zu formen. Aber unmittelbar war sie kein Erfolg. Die berühmteste Rede der amerikanischen Geschichte war eigentlich unmittelbar ein Misserfolg. Das heißt, man gibt eben diese sechs Möglichkeiten, die die beiden vorgeben, sind eben auf ganz unterschiedlichen Ebenen angesiedelt. Sie beziehen auch unterschiedliche Kontexte mit einem, haben eine unterschiedliche temporale Dimension, langzeitig kurzfristig. Immer geht es aber in all diesen Analysen, kann man sagen, was so ein Grundtenor ist, eigentlich die Mischung auch aus Geschichte und Rhetorik, also ohne historische grundlegende Kenntnisse, kann man diese Reden nicht analysieren. Und was die beiden dann noch sagen, Thornson und Baird, in den konkreten Redeanalysen wird man natürlich diese beiden, diese verschiedenen Punkte variieren und mischen, auswählen und das benutzen, was auf die Rede passt und was auf das Erkenntnisinteresse dann auch des Rhetorical Critics oder des Speech Critics passt. Das heißt, das ist zunächst so eine Art Werkzeugkasten, Baukasten, aus dem man sich bedienen kann. Gut, damit kommen wir langsam zum Schluss. Das war für heute alles zur Geschichte der neo-aristotelischen Redeanalyse und in der nächsten Woche machen wir eigentlich im Grunde genau dort weiter bei Marie Hockmas klassische Analyse von Lincoln's First Inaugural, also dieser Text von 1954, die Rede von Lincoln ist ja von 61, also zwei Jahre vor der Gettysburg Address. Ich möchte ein paar Sätze noch dazu verlieren, ob eigentlich diese Neo-Aristotalismus, der in den USA dann so in Verruf und in Kritik gerät, heute noch ein gültiges Modell darstellt oder ob es obsolet ist. Man kann mit diesem Modell heute immer noch reden. Typischerweise sind es klassische Einzelrede-Analysen machen. Die Kategorien, die Analyse-Ebenen sind brauchbar. Für die Argumentationsanalyse braucht man andere Modelle, denke ich, auch manche linguistischen Kategorien kann man noch hinzunehmen, aber im Wesentlichen das sind schon noch brauchbare Dinge. Schaut man heute in Einführungsbüchern zum Rhetorical Criticism in den USA, ich werde da am Ende der Vorlesung, der nächsten Vorlesung zwei solcher Bücher ganz kurz vorstellen, dann kann man auch dort sehen, der Neo-Aristotalismus wird immer noch behandelt. Also er hat seinen Platz sozusagen im Methodenventar des Rhetorical Criticism in den USA und wenn man diese Bücher anguckt, dann sieht man, das ist meistens die erste von sechs, sieben, acht, neun Methoden, die dort dann behandelt wird. Dass danach dann noch weitere Methoden in diesen Einführungen vorgestellt werden, zeigt aber, dass der Neo-Aristotalismus heute nicht mehr die einzige Methode ist. Also das, was er in den 30er, 40er, zum Teil 50er Jahren noch war, nämlich die Methode, mit der man Reden analysierte, das ist eben weg. Es ist eine Methode heute unter vielen. Das heißt, auch hier muss man sagen, die Analyseverfahren, die interpretatorischen Zugänge haben sich eben seither pluralisiert. Und ob man eben auf so neo-aristotalischen Methode zurückgreift, das hängt eben auch von den Erkenntnisinteressen und vom Analysegegenstand ab. Insofern kann man sagen, es herrscht heute eben eine gewisse Offenheit auch für andere Methoden. Und man ist sich heute auch sozusagen der Limitierung der Unzulänglichkeiten und auch der Probleme dieses Modells stärker bewusst. Und das wird in der Vorlesung, in der nächsten Vorlesung auch ein zentraler Punkt sein, wenn ich auf Edwin Blacks Buch Rhetorical Criticism zu sprechen komme, denn das ist eben die zentrale Kritik 1965 am Neo-Aristotalismus. Abschließend vielleicht noch eine ganz, ganz kurze Einschätzung zum theoretischen Stand hierzulande in Deutschland. In deutscher Sprache gibt es nicht viele Werke, die in die rhetorische Textanalyse einführen. Im historischen Wörterbuch der Rhetorik können Sie einen Artikel Analyse Komma Rhetorische nachlesen. Der stammt von Rolf Bachem. Der hat auch ein einschlägiges Einführungsbuch vorgelegt, das auch aus den 70er Jahren, 1974, aber das ist immer noch ganz in Ordnung, das ist brauchbar. Und dann gibt es zum Beispiel noch Stefanie Lupholz' Buch Textrhetorik und Rhetorische Textanalyse von 2015. Das ist ein Buch, was vielen von Ihnen bekannt ist, das kommt auch aus unserem Institut. Das ist Teil einer Doktorarbeit, die mal bei Joachim Knape geschrieben worden ist. Das ist auch ein gutes Buch, das ist ein sehr ausführliches Buch. Das Buch ist aber auch in seiner Grundkonzeption, muss man sagen, neoaristotelisch. Kein Einwand gegen das Buch, das ist auch im Grunde eine Art neoaristotelismus 2.0, den sie macht. Das heißt, sie macht eben auch das, was im neoaristotelismus fehlt, moderne Argumentationstheorie, Linguistik, all die Dinge, die seither gelaufen ist, werden dort rein integriert, in einen Ansatz, der aber schlussendlich doch neoaristotelisch bleibt. Die Grundkonzeption bleibt also, im Grunde so 30er, 40er Jahre, aber eben aufgefrischt, modern gemacht. Neuere Konzeption des Rhetorical Criticism muss man aber sagen, sind hierzulande bislang kaum rezipiert worden. Auch so etwas, worauf ich dann im neuen Jahr zu sprechen kommen werde, Analysemethoden, die zum Beispiel auf Kenneth Burke zurückgehen. Dramatism, der Dramatism von Kenneth Burke hat in einer gewissen Phase in den USA sehr stark gewirkt. Es gab auch sehr viele Analysen dann eben, die auf Grundlage dieses Dramatistic Models gearbeitet haben. So etwas gibt es hierzulande eigentlich bis heute nicht. Gut, damit sind wir für heute durch. Ich bedanke mich wie immer für Ihr Interesse. Ich wünsche erst mal schöne Weihnachten und bis zur nächsten Bohrlesung. Und wie immer bleiben Sie gesund. Tschüss. Ich bedanke mich. Tschüss. Ich bedanke mich. Und wie immer Untertitelung des ZDF, 2020